Hallo ihr Lieben, ich dachte ich mache mal so ein halbjahres Zwischenstandsvideo auch und wir gucken mal wie es mit meinen angefangenen Reihen aussieht, die ich dieses Jahr beenden wollte. Wir schauen mal was mein Sub so macht und 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 ich pack euch das alles in ein Video und darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Es soll ja heute in diesem Video um das erste halbe Jahr 2017 gehen. Ich habe mir mal so aufgeschrieben wie mein Sub stand so ist und 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 fangen wir damit auch gleich mal an. Mein Sub, das letzte mal wo ich euch ein Update gegeben habe, war bei 98 richtigen Büchern und 15 E-Books. An den E-Books hat sich auch nichts getan. Ich habe immer noch 15 E-Books auf den Sub, denn wenn ich mir jetzt ein E-Book gekauft habe oder das bekommen habe, habe ich es auch immer gleich gelesen. Deswegen zählt das nicht wirklich jetzt mehr. Das ging immer hoch im Grunde, aber mein Sub hat sich halt auch nicht verkleinert dadurch. Aber naja gut, also 15 E-Books auf dem Sub, das ist immer noch sehr gut vertretbar. Kommen wir jetzt zu den richtigen Büchern. Ja, ich hatte 98 richtige Bücher Anfang April auf meinem Sub und jetzt Ende Juli sind es 103. Ja, es sind wieder mehr geworden. Also ich muss sagen, es sind fünf Bücher im Schnitt mehr jetzt auf meinem Sub wie noch im April, was aber auch daran liegt, dass ich von Jenny Bücher bekommen habe. Allein die Evermore Reihe, das sind sieben Teile, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich die alle lesen werde. Dann habe ich mir jetzt die Engelsfors Reihe, alle drei Teile gekauft, weil es die gerade günstig gab und und und. Deswegen finde ich das noch ganz vertretbar, dass mein Sub im Schnitt jetzt fünf Bücher mehr hat als noch vor dreieinhalb Monaten. Also von daher finde ich das alles noch vertretbar, aber ich bin wieder über die 100. Ich bin wieder dreistellig und das wollte ich eigentlich nicht. Und das wollte ich eigentlich nicht. Deswegen Subabbau muss weiter vorangetrieben werden. Das kann ich aber nicht, wenn ich Idiot immer wieder Rezensionsexemplare anfrage. Wie soll man da super bauen? Weil Reziexemplare lese ich ja immer zuerst, damit die wieder wegkommen und dadurch verkleinert sich ja der Sub nicht. Verdammt. Ich denke mir 103 Bücher ist immer noch vertretbar, wenn ich mir so die Substände von anderen Booktubern angucke, geht das immer noch. Aber eigentlich war für mich der Anspruch mal so runter zu kommen auf 50. Aber naja, vielleicht sollte ich auch einfach die Bücher mal aussortieren, die ich irgendwann vor Jahren mal gekauft habe und bisher noch nicht gelesen habe, weil wahrscheinlich werde ich sie dann auch nicht mehr lesen. Naja, sollte ich vielleicht bei Gelegenheit mal tun. Dieses Jahr habe ich mir ja keine Challenge ausgesucht, außer meine Goodreads Challenge, die ich ja jedes Jahr bei Goodreads eingebe. Da habe ich dieses Jahr eingegeben 100 Bücher wieder, die ich in 2017 lesen möchte und aktueller Stand ist jetzt so nach den ersten sieben Monaten knapp, bin ich bei 83 Büchern. Das heißt, diese Challenge dürfte ich hinkriegen. Letztes Jahr war ich glaube ich dann am Ende bei 132 Büchern oder sowas für 2016, was echt heftig viel war. Also so viel habe ich die ganzen Jahre davor nicht gelesen. Ich bin mal gespannt, ob das dieses Jahr auch so hinkommt, dass ich die 130 schaffe. Ich bezweifle es irgendwie, aber mal schauen. Vielleicht wird das ja doch noch was, aber ja, Goodreads Challenge, wie gesagt, 83 Bücher, aktueller Stand für dieses Jahr. Da sind alle Bücher, die ich so für Niki und so mal testlese raus, weil die sind ja alle noch nicht erschienen. Die kann ich ja bei Goodreads noch nicht eingeben. Also alles, was solche Testlese Bücher von mir gewesen sind, die ich noch zusätzlich gelesen habe, die sind da raus. Das sind wirklich alles nur Bücher, die es auch schon zu kaufen gibt. Ja, so viel zu meinen Challenges. Eine andere Challenge habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Das war mir zu viel, denn ich wollte dieses Jahr ja Reihen abbauen. Und ich bin da schon echt gut unterwegs. Ich habe dieses Jahr schon, jetzt muss ich mal ganz kurz zählen, 16. 16! Ich habe dieses Jahr schon 16 Buchreihen komplett beendet. Ich hatte ziemlich viele angefangene Buchreihen letztes Jahr. Ich glaube, das waren 24 Stück. Davon habe ich dann zwei oder drei aussortiert, wo ich gesagt habe, okay, diese Reihe lese ich nicht weiter. Das interessiert mich nicht. Und ja, 16 insgesamt habe ich jetzt schon beendet. Davon ist natürlich zum Beispiel auch hier die The Last Bones Tornoreihe, die ich dieses Jahr aus begonnen habe, die ich jetzt gleich wieder beendet habe. Die zählen natürlich auch mit rein zu den beendeten Reihen. Und von den Reihen jetzt noch vom letzten Jahr, die ich noch beenden muss. Moment. Ich habe mir alles aufgeschrieben. 15 Reihen, die ich letztes Jahr auch schon angefangen hatte, muss ich noch beenden. Wobei man natürlich hier auch wieder berücksichtigen muss, dass ich viele Reihen noch nicht beenden kann, weil einfach Debüter dazu noch fehlen. Zum Beispiel die Talon-Reihe, da kommt der vierte Teil im Oktober, wo ich auch gar nicht weiß, ob das jetzt eigentlich der letzte Teil ist, der dann kommt. Oder zur... Ich weiß gerade nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Zu Schnee wie Asche kommt der dritte Teil auch im Oktober. Da ist das glaube ich dann der letzte Teil. Da kann ich diese Reihe dann auch beenden. Dann gibt es natürlich wieder Reihen, wie die Elemental Assassin-Reihe, wo ich hier noch drei Teile rumliegen habe. Ne, zwei Teile rumliegen habe, wo dann der nächste Teil auch im Oktober kommt. Und und so weiter und so weiter. Also es sind größtenteils alles Reihen, die ich noch gar nicht beenden kann, weil da einfach die Fortsetzungen noch nicht erschienen sind. Es gibt... Was könnte ich denn rein theoretisch beenden? Ich müsste noch beenden die Black Blade Reihe von Jennifer Estep. Die Grieche Reihe von Labor Dugo. Ähm, Alice im Zombieland müsste ich noch beenden von Gina Showwater. Da warte ich aber immer noch, ob es den dritten und vierten Teil auch noch mal einer neuen Auflage gibt, weil ich ja den ersten und zweiten in dieser neuen Taschenbuchauflage habe. Aber ich glaube nicht. Deswegen werde ich mir da wohl den dritten und vierten mal zulegen müssen. Dann muss ich noch weiterlesen Throne of Glass. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Da fehlt mir noch der vierte Teil. Die ersten drei habe ich gelesen. Und ähm, ja. Die Promise Reihe von Maya Shepard. Das sind die Reihen, die ich rein theoretisch noch erstmal weiterlesen beziehungsweise beenden könnte. Aber das spricht mich irgendwie alles im Moment nicht so an. Deswegen schauen wir mal. Aber wie gesagt, das meiste da warte ich noch auf die Fortsetzung. Aber ich finde 16 Reihen ist doch schon echt ein guter Schnitt für dieses Jahr. Natürlich habe ich auch neue Reihen angefangen. Wie sollte es anders sein? Und die Reihen, die ich dieses Jahr neu angefangen habe, die ich noch offen habe, das sind Götterfunke von Mara Wolf. Die Königreich der Wälde Reihe von Aaron Samuill. Also auf immer gejagt war der erste Teil. Dann die Wellington Saga. Stormheart. Das ist ja das Buch, was ich jetzt vor kurzem erst gelesen habe von Carol Karmick. War wunderschön. Kann ich euch nur empfehlen. Dann Götterleuchten von Jennifer Armandtrout. Das war auch so gut. Dann habe ich die Big Time Reihe angefangen von Jennifer Estab. Also der erste Teil war ja Karma Girl. Den habe ich diesen Monat mit der Niki gelesen. Da kommt der 2. im Oktober und den bekomme ich vom Verlag. Das kann ich schon sagen. Da freue ich mich schon sehr. Und Ewig Dahin von Janet Clarke habe ich noch angefangen. Da gibt es leider noch keine Info zu den Fortsetzungen. Da bin ich aber mal gespannt und ich bete, dass da ein zweiter Teil kommen wird. Denn dieses Buch war richtig gut. Ja, das sind so die Reihen, die ich dieses Jahr angefangen habe, wo ich jetzt auch auf die Fortsetzungen erstmal warten muss. Es ist mit diesen Reihen echt immer so ein blödes Problem. Denn man fängt an, man freut sich über die Geschichte und dann wartet man und wartet man und wartet man und wartet man, bis man die Bücher endlich mal weiterlesen kann. Aber naja gut, so ist das. Mehr kann ich aktuell zu meinem Substand eigentlich auch gar nicht sagen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder noch irgendwas wissen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich finde, 16 Reihen beendet ist doch eigentlich echt guter Schnitt bisher für das erste halbe Jahr. Ich werde es ja wohl in dem nächsten halben Jahr noch schaffen, die anderen Reihen zu beenden, die ich noch beenden könnte. Ich werde mein Bestes geben. Soviel zu meinem Substand und meinen Reihen vervollständigen. Ich denke, ich bin dieses Jahr echt gut dabei. Ich bin mal gespannt, wie das zweite Halbjahr jetzt noch wird. Und werde euch dann natürlich Anfang nächsten Jahres wieder einen Bericht dazu abgeben. Was mich natürlich noch interessieren würde, wie läuft es denn bei euch so? Habt ihr Challenges für 2017, die ihr macht? Wie laufen die denn bei euch so? Oder habt ihr auch gesagt, ich muss mal meine Reihen vervollständigen? Wie läuft das bei euch so? Schreibt mir gerne mal alles, was ihr so macht dieses Jahr an Challenges, abbauen, Subständen und keine Ahnung, was euch betrifft. Gerne mal unten in die Kommentare. Interessiert mich natürlich auch, wie es bei den anderen immer so läuft. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.